...keine elektronische Abstimmung zu. Unsere Dienstleister sind leider nicht in der Lage, das WLAN-Klussflüsse wiederherzustellen, damit ein Verordnungsgebäser über den WLAN-Verlust. Uns bleibt daher keine andere Wahl, als festzustellen, dass es nicht möglich ist, die Versammlung ordnungsgemäß vorzumüben. Wir müssen die Versammlung in dieser Fälle abwenden. Wir müssen die Versammlung in dieser Fälle abwenden.